Wie sind wir nur hier gelandet? Geburte nicht nach Klöten. Wir hatten alles. Du warst ein Filmstar schon vergessen. Fürchten Sie, die Leute könnten sagen, sie machen dieses Stück, um gegen den Eindruck anzukämpfen, sie seien ein abgewrackter Superheld? Absolut nicht. Deswegen habe ich vor 20 Jahren auch abgelehnt, Birdman 4 zu drehen. Bordman 4! Wir drehen Bordman 4! Mal ehrlich, Dad! Du tust das nur, weil du eine scheiß Angst hast, genau wie alle anderen, dass du unwichtig bist! Jetzt bist du dabei, das zu vernichten, was von deiner Karriere noch übrig ist. Wir hätten die Reality-Show machen sollen, die uns angeboten wurde. Halt die Klappe! Du weißt, dass ich recht habe. Halt die Klappe! Du bist furchtbar! Du bist furchtbar! Hey, was gibt's? Ruhe dich doch ein bisschen aus. Kapierst du's nicht? Du bist das Original, Mann! Wir starten ein Comeback! Du bist Birdman! Du bist ein Gott! Wieso ziehst du nicht deine Flügel und dein Vogelkostüm an? Du hast nichts! Lass uns doch einmal zurückgehen und ihnen zeigen, wozu wir imstande sind. Ich kann hier was Bedeutendes schaffen. Das muss ich nutzen. Und jetzt sei auf, sei zur Grenzen, du machst mir Angst. Okay, Jury, go!